hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei koop schwaben oder schwaben koop mit gotter resurrection ich bin wieder drauf hallo und bitte bei mir der gute alte julian ich meine die hier die sakura die die schöpfer natürlich war das sehr klar willkommen zu folge 5 und wir machen nahtlos weiterum aufgehört haben mit der story mission und so die nächste story mission lautet betonwüste stadt der gnade eliminiere ein kogo und 30 roten in der alten stadt durchschlug durchschlag angriffe in die beine verlangsamen kongo schwette angriffe ins gesicht ins gesicht dürfen sich todesstoß sein hüttet dich vor seinen boden lufttaktik mit die gotten jawohl ja auf geht's auf geht's auf geht's dann der kuya und soma jetzt hat er das sein liebling dabei passt doch ja wo das kann man auch wenn ich darauf wetten kann dass für die dinge der läuft so war vielleicht ganz anders ich komme aber vorher nicht mehr als der kuya da gelaufen an den durcheinander jenner gegräte die düstern die türkern der steigungser spielmann spielmann trastis und spielung der menschen zu tun Well, almost, everyone. No, no, I'm just kidding. Come on, chin up, yeah? This will be your first mission as a squad. You're all damn good, so get out there and do what you do best. Wait, our first mission? What about you, Lindo? Oh, well, you know, I got a hot date waiting for me, so it's just gonna be you guys. Keep it on the down low, though, get me? Not to mention, my lovely ladies have been impatient. She'll stand me up if I'm a little late. So yeah, I'm gonna take off. Remember the big rule, don't die. I'll see you all later. They're your rules, so make sure you follow them yourself. Get the hell out of here and let us work. Remember, it's a work night, so try not to stay out too late. Okay, Lindo? All right, mission won't complete itself. Jedenfall. Auf geht's. Jeder einfach selber maschen. Ja. Och, nö, oder? Oh, nö, oder? Oh, nö, oder? Just so, this won't be an easy fight. Lindo, little secret dating, sneaky, sneaky? You have a full crew over here. Maybe you hook, old Kota up. Maybe I get this little secret. Kota, maybe you should just keep your mind on the mission, okay? Hum, hum. Monster! Primary Target Terminated! Ham Ham! We did it! Take that! Target Eliminated! Excellent! Ham Ham! Ich bin ja weiter dahinten! Oh danke, Sommer! Ich weiß nicht, der Kuja ist wieder bei mir! Oh, wir haben so einen Ticken! Cover me! You love me! Thank you for the fu- Now you're gonna pay! Go! Glad to cut you to- Thank you for the food! Paris! Paris! Nicht abhauen! I think it must be going off to feed! Where the hell are you going? Hey! Hey! You're bleeding. I will hunt you down! Shatter through! Bond shattered! This is the pace! I know you can win this! You haven't even seen the best of- Hell yeah! Alpha 2! Your vital signs are deep in the red! Fall back! I can- See? I told you I'd be fine. Eat this! Hell yeah! Hell yeah! Silver! Mashing teeth! Hey! Great! Stay strong! It's not over yet! You're gone! Shatter! They're weaker! Hit them! Hit them hard! Come on! Unfeat your claws! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Sever! Oh oh! This is only the beginning! Origami down! This is the pace! I know you can win this! You will- See? I told you I'd be fine! I will hunt you now! Aua! Arsch! It's with- See? I told you I'd be fine! Don't let that thing get away! After it! This is mine! Alter! Oh yeah! Is that a shot? I'll be fine! You should have done that! I'll be fine! Eww! Oh yeah! What's that? I'll be fine! See? I told you I'd be fine! You want real power? Hahaha! Ha 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 ha! Oh yeah! You hungry? Cover me! Reload me! Uaah! I'll be fine! You hungry? Das ist gut. Das ist gut. Oh, da war was. Die theoretischen selber. Und Mana-Splitter. Schon erfüllt. Ich glaube nicht, dass es jetzt ein Triple S gibt. Nö. Es ist ein schwerer Job. Es ist stressvoll und gefährlich. Aber Doppel-S. Sehr gut. Sehen mal die Wahrheit. Wunderbaaar. Wunderbaaar. Wohlbaaar. Ja, okay. Mission Sequenz. Wunderbaaar. Keine Kassel-Tes. Überall eine ziemlich solid Ausstellung. Du solltest es gesehen haben. Wir kicken so viele Arsch. Wir waren toll. Wunderbar. Ich erinnere mich nicht, dass du eigentlich ... ... zu helfen. Was ist das? Wunderbar. Wenn das so ist, dann werde ich nicht mehr Daten auf mehr. Nur um dich in der Lage zu halten. Woher du die Frauen auskommst? Du musst mich aufhören, Lindo. Ich bin nicht so sicher, dass du eine Frau anhandeln kannst. Ohohoho. Pouders. Attention all gods. The 7th Unit has successfully slain an Oroboros and taken the core. All engineers report to Lab number 5. I repeat, we can confirm an Oroboros core has been detached. All engineers report to Lab 5 at once for analysis. An Oroboros? Damn, welcher team took it down? Nicht nur die es down, sondern die auch die Coren zerbaut. Sie werden mit Bonus Cash verhörteren. Ich weiß, wer baut die Rounds heute Abend. Du musst nicht so günstig sein, wenn du stärker hast. Oh, Oroboros? Was ist das? Warte, ist es verrückt, stark? Mach mal ein bisschen Forschung und du wirst nicht fragen wunderschön. Es ist in der Norden. Schau mal. Es ist ziemlich stark, Kota. Ich glaube, wir sind noch nicht bereit für etwas wie das. Seriously? Wir sind wirklich schwer. Und wir werden sterben. Wie wirklich schwer. Ich weiß, es ist schwer, jetzt. Wir werden ziemlich gut. Eine dieser Tage, wir können einen Oroboros challengeen. Aber für heute, folgen die große Regeln. Ja, wir verstehen. Nicht sterben. Ich denke, du hast genug benutzt, nicht wahr? Nein, ich glaube nicht. Ich werde immer sagen, bis du es verstehst, Selma. Du wärst aufzunehmen, wenn ich nicht aufzunehmen. Das ist einfach... Shut up! Okay, dann. Ich habe ein anderes Date lined up. Also, ich gehe nach dem Essen. Gute Kampf, Leute. Schürztjäger. Also, farblich passt ich da mit meinem Rot ja richtig gut rein. So. Schlappert in der Schuh. Nun, tippte Einheit, nicht wahr? Es muss Lindo gewesen sein, der Oroboros besiegt hat. Der verdammte Direktor überträgt die wichtigsten Visionen immer Lindo oder Soma. Ich bekomme nur die langweiligen. Hä? Was soll das? Hast du ein Problem? Genau. Ota. Ey, weißt du, was ein Oroboros ist? Äh. Eigentlich ja, aber ich sag mal nein. Nö, weiß ich nicht. Der Herrscher der Ebene. Ein unglaublich riesiges Aragami. Ein Monster so groß wie Eidberg, mit unzähligen Fühlern und Augen. Bin schlau, oder? Als ich neulich den Kern extrahiert habe, habe ich im Norn nachgesehen, weil es mich interessierte. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Was sagst du, Gina? Den interessiert schon, wer stärker ist oder die Anerkennung verdient. In einer Mission zählen nur ich und das Ziel. Tauche gerne in eine Welt ein, in der es nur uns gibt. Ähä. Einen. Karel. Oh, Rudi Karel. Wieser schon große Töne, aber ein Kongo oder gar ein Oboros würde er ins Schwitzen bringen. Neulich hat er sich ganz stumm an das Aragami geschlichen, um es zu vergiften. Er ist so irgendwie hinterhaltig und feige. Hä? Kennt ihr noch einen, der hinterhaltig und feige ist? Du? Nö, Dennis. Ich habe eben den Kern des Orobos gesehen. Er ist riesig. Sollen wir daraus nur einen Gott arg machen? Kann ich dir auch nicht sagen. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Ist scheiße. Also, können wir was vorstellen? Jawoll, ich kann meine Waffe endlich aufwerten. Ich kann meine Waffe endlich aufwerten. Oh, das war nice. Mach da 125, schade. Sehr schön. Witzschaden. Kann ich meine Schutzwaffen noch aufwerten? Davon habe ich gar nichts. Schade. Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Nichts. Ich habe jetzt immer noch Material. Schade, schade, Schokolade. Schade. Oh, halt. Ich hatte Post. Post. Reel. Ach, doch auch herstellen. Jawohl die hin. Oragami Ouroboros. Das. Kann man so viel sagen, wir werden Ouroboros noch sehen. Wunderbar. Aber ich habe doch den ganzen Ticket vom Bescheid dafür. So. Nächste Standard Mission. Schneeball. Sorry. Tempel der Stille. Drei Oberschweife verstecken sich in den Tempelruinen. Sie sind sehr intelligent und deshalb leben sie mit Bokonjugfern zusammen. Lass dich nicht überrennen und lass dir bloß nicht durch die Lappen gehen. Oh, wir haben schon sowas dafür. Ja. Ah, Linda und Sakuya gehen mit. So siehts aus. Ach, Dein Soma muss daheim bleiben. Naja, das ist kein Bok mehr. Der ist angepisst. Oh, what? Ähm. Fangen wir direkt mitten im Geschehen an. Hey. Ich will den doch essen. Die. Ich will den doch auf monks. Hier bin ich. Ich will. Gehe. Schmerzt. Hier ist unser Schoeng. Ich habe ihn. Das war. Das ist aus. Ich habe ihn. Ich hatte ihn. Der ist das. Mache. Ich habe ihn. Hier ist die Chance. Testaige. Ich habe ihn. erst mal aufessen ham ham Ops. Äh, ich bin nicht schon da. Too late. Or, I mean, it was okay. Shut up. I wanna go home, jump in the shower, and then sleep for days. Tja, die sind schon da. Good work, Team. Your next objective is a good night's sleep. Well, well, well. Easy work at that one. Wer liest die gute Nachtgeschichte vor? Du? Nein. Doch. Nein. Plastik. Side, hab ich noch gekriegt. Side. It's a tough job. It's stressful and dangerous, but... Triple S. Ja, die war auch relativ simpel. Oh, du hast einen neuen Jägerstil erlernt. Du kannst ihn ab deiner nächsten Mission verwenden. Du wirst im Verlauf des Spiels weitere Jägerstile lernen. Du kannst die Steuerung unter Systembegriffe in der Datenbank des Terminals einsehen. Luftverschlingen. Wow. Grabe. Sicheres Verschlingen. Der wird für dich eh nicht den relevanten Cent. Du benutzt das Verschlingen ja während des Kampfes scarnert. Doch, es hat euch vielleicht was es für einen Vorteil bringt, deswegen. Ja, ich benutze das jetzt auch. Schau gemacht. Ah, so mal. Oh, wir laufen da. Was there? Someone in there? Was there? Der war niemand. Kommts. Die Kapelle. Ich muss an Dark Souls denken. Oder an Vorhörner. Das ist schlimmer. Dark Souls. Das ist alles. Wenn jetzt nicht Arnstein vorbeikommt. Ah, lustig. Das ist Soma. Nein. 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 Keine Kontakt mit dem Target. Wir suchen immer. Wer sucht, der findet. Ah, da ist er ja. Ha, mysteriös. Was? Nein, das ist kein Aragami. Komm schon, Sakuya, das wusstest du doch bereits, oder? Du kommst gerade recht, könntest du Kota ein bisschen Gesellschaft leisten? Er redet ohne Unterlass. Hm. Ich möchte aber eine Ration dafür, hey. Hier in Newtap-Set, echt clever. Aber den Deal kann ich nicht annehmen. Die Ration ist schon für Lindo reserviert. Oh, na gut. Dann mail ich Lindo, dass ich später komme. Was sagt schon? Rückzug? Okay, ich war als einzig so übrig, aber ich hatte es schaffen können. Verdammt. Die ganze vorderste Kampflinie wurde ausgeschaltet. Nur ich war noch übrig. Mit der Linkhilfe wäre ich entdeckt worden. Ich soll nun die Verwundeten einsammeln und den Rückzug betreten. Dabei war das doch meine Chance. Der heult doch. Der vorderst du noch lebst. Oh ja, so. Kanon, hallo. Wie stellt man zielsuchende Kugeln her? Ich habe es deutlich im Munitions-Editor versucht, aber wenn ich abfeuere, fliegt die Kugel nur geradeaus. Muss ich üben, damit die Kugeln einen Bogen machen? Ich war umzingelt und wollte fliehen, als Soma mich rettete. Ich habe ihm zu Dank Kekse gebacken. Aber er schickt mich weg und knurrt. Wenn du so viel Zeit hast, dann trainier lieber. Oh, er hat ja recht. Oh. Du bist cruel, Soma. Hey, New Typ. Hast du bei den Ruinen das alte Büro schon mal die Präsenz einer anderen Person gespürt? Hm, stimme ich ihm zu oder sage ich? Er hat sich's eingebildet. Ach komm, ich stimme ihm mal zu. Ich stimme ihm mal zu. Verstehe. Das geht mir oft so, wenn ich alleine auf einer Mission bin. Aber wenn es kein Gott-Header ist, man, das bedeutet extra Arbeit für mich. Vielleicht übergebe ich sie ans Forschungsteam. Ah, Zubaki hat aber was zu sagen. Du bist schon schwer am Arbeiten, was? Hm, was ist denn los? Ah ne, ist eigentlich doch wieder bloß die Wiederholung von allem. Äh, passt schon. Ähm. Wie sieht denn mein Inventar aus? Kann ich was basteln? Ola. Immer erst auf Ausrüstung. Oh ja, ich zum weiteren Ausrüsten. Oben Reißer hab ich genug, aber Gemärenklaue und Chimärenreißer. Äh, ha. Oh, cool ist das. Boah, 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 boah. alles outfit unfassbar der geist nein ein geist er sucht mich ein mann bei dir keine erholungspiel stufe 2 kaufen ich schon fast zu schwach für mich und man kann bei dem auch waffen kaufen hält die klinge ja ich habe auch eine zwei woche und ich habe halt meine bisschen ich gebastelt habe aufgewertet ja ich bin ein bostler das weißt du doch was hatten die ware zu sagen lindau hat gerade nach dir gesucht ich glaube es wieder seinem zimmer das heißt wir müssen mit dem labern damit es weiter geht ich gehe mal zu ihm hin na geh mal veteranenabteilung hallo sind da aber was gibt es hey kann ich dich um einen gefallen bitten unsere abteilung bekommt bald einen neuen gotter es ist unmöglich noch ein youtube mit einem gott arg ich habe keine beweise doch es scheint als zöge der direktor new type gotter in der fernost abteilung zusammen das bringt mich zu meiner bitte wenn er irgendein wort darüber verlieren sollte kannst du mir dann bitte bescheid geben natürlich könnte ich ihn auch selber fragen aber mir gefällt es schwer mit diesem also mir fällt es schwer mit diesem kerl zu sprechen du musst aber nichts vertrauliches verraten und ich gebe dir eine belohnung das heißt wir müssen mal runter ins führungsabteilungsbereich so oder kommt das jetzt automatisch bei der nächsten mission vielleicht haben wir haben wir eine neue mission gekriegt einfach aber kriegs gott okay höllische u-bahn besiege die wütende qiu in den u-bahn ruinen sie sind sehr beweglich reagieren aber empfindlich auf frost der kampf findet in einer engen unterführung statt halte dir auf jeden fall deine fluchtwege offen also wird bekommen und rinne ja sehr gut summer takuja die heilt auch das ist nämlich auch ganz gut ja oh 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 Ein weiterer Neu-Type wird in den Süddeutschen. Warte, wirklich? Wow! Es gibt viele von ihnen seitens, oder? Ja, aber sie sind immer sehr rare. Der Direktor selbst hat sie von Russland gebracht. Schau, da sie ist! Sprecher der Devil, oder? Guten Tag, Squad! Ich möchte jemanden introduceieren. Ein weiterer Neu-Type-Gott-Eater wird mit deinem Team, wie heute. Ein Freitag zu treffen. Mein Name ist Alyssa Ilanachina Amiela. Ich wurde hier aus der Russland. Ich werde mein Bestes weiterentwickeln. Ich hoffe, dass wir gut zusammenarbeiten. Ja, wir haben immer Platz für eine andere Hottie. Ist er ehrlich? Der Fakt, dass du lange genug überlebt hast, um ein Gott-Eater zu sein, ist unglaublich. Sie hat nicht die Erfahrung der Battle-Bilder, wie du. Aber ihre Spiele in der Simulation sind außerhalb von nichts recordedes. Better auf deine Erfahrungen. Ja, Frau. Natürlich. Sorry. Alyssa, du wirst unter Lindo. Ein talented Gott-Eater und ein guter Commander. Wie du wünschst. Hiya. A chick incoming. Mua! 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 Lass es ktaa aus. Mua! Mua! Ich denke, es kräftig ist es kräftig. Sie sind uns zu geplantat. Mua! 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 Teufel? Das ist alles, was es zu tun ist. Die neue Polizität der HQ ist, um die neue Entwicklung zu entwickeln. Sie könnten die Tide schreien. Es gibt etwas ungewöhnliche an dieser Frau. Vielleicht ist sie ein Spiel, aber sie ist ein bisschen unvergleichbar. Mentally. Part der Sache war, dass sie ein Strict-Menthal-Health-Care regimen, während sie hier ist. Aber trotzdem, ich brauche dich an sie. Alles für dich, Big Sis. Lindo, wenn du mich das wiederholen willst, werden sie die letzten Worte, um deine Augen zu verlassen. Hehehe, Papao. Das braucht doch nichts. Today's Mission has you face to face with two Chiyu. They're powerful and heavily armoured. Do whatever you can to pierce through their defences. Crushing attacks from gunfire will be effective. Target and shatter their bonds. Ja, aber jetzt, was ist das? Melting! Could you melt a little quieter? Oracle Cells actually help your body to adapt to the heat. Anyone else would probably have caught fire already. You should be grateful. Oh, well. Learned something new every day, huh? Hehehe. Thank goodness for that. Moving on! Cota's... Not the grateful type. Let's go, individ Steve.. Hang in. Right. Two-ton 고 looking up... Hector? Disability gäbe inequality node Any asking security? Phase 2 where are you? Literally, Arbeit gets to face! You want that. ist der andere da hinten, weil uns das nicht wieder schlocken komm herr schatzi er kommt oder schwächen gegen eis ich logisch wenn er in der lama stehen kann mjau 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 alter ja ja Ja, es ist mir. Woher? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Nein, das ist Jane. Woher? Ich weiß. Das ist ein Schlauch. Ja, das ist ein Schlauch. Oh, das ist so ein Schlauch. Time to turn up the heat! Lass dich auf! Stay on your toes! Aragami fall back! It's going to try and find some food! Ah, da kann ich leider nicht hin! Guten Abfall davon! Alpha 2, you're in danger! Here, please disengage! Still hungry? I can't... I can't so much! Oracle response eliminated! Now that is how you complete a mission! Objectives complete! Let's go home! We'll just hang out and wait for the chopper then! You hungry? The mission's not done yet. Okay, well, it's technically done. Just... just keep watch. Next time, we need to focus on being more efficient. And when I... It's my bad! I, uh... I got a little crazy! What are you doing? Let's get it! It's my bad! I, uh... I got a little crazy! Heh, 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 heh.. Well, if you weren't standing in the way of my Ark Hey! Well, if you weren't standing in the way of my Ark Well, if you weren't standing in the way of my Ark Wunderbar! wie is it here! Wunderbar! Fustiss about unfassbar! schuld klar aber klaus können mich mal ich kann nicht können tue ich nicht ja das ist klar oh schule Wie wir es kennen, die Left-Overs sind in einem unverschämteren Rappenverkaufgaben zu reduzieren. Die Leute hier zu sehen, um die Cherry Blossom in der Früh zu sehen, um die Leer zu sehen, in Gold und Red, als Autumn kam. Jetzt nur die Erinnerungen, in Bilder und Perspektiven. Ja. Und die Aragami. Sie beginnen mit den Qualitäten der Dinge, die sie konsumieren, gewinnen neue Abilities. Recently, wir haben sogar ein paar Aragami, die haben schon Fotosynthesiert. Es ist ein Wunder. Die Komposition des Erinnerungen bleibt wie es immer war. 79% Nitrogen, 21% Oxygen. Despite die Decimation unserer Bäume und Pläne über die letzten 20-odd Jahre, knappe 70% sind jetzt weg, wir haben den Erinnerungen. Es ist ein Irons. Wir haben die Aragami, und sie haben uns. Aber es ist wegen der Fotosynthesität, dass wir noch nicht mehr breathieren können. Nein, Mama. Du musst nicht auf die Kucke gehen. Ja. Ja. Oh. Ja. 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 hier ja ja wo ist es halt noch ist das nachricht also das schon wieder an datenbank e mail händler und von alissa erstmal die ganze daher weg klicken wenn es sei mal nett dass sie so viel zu lesen haben aber in den seltensten fällen ist das interessant ich dachte du bist alles täuscht von dir jetzt nicht die gesamte datenbank vor drei stunden beschäftigt das wollte ich nur ein special video machen rudi karl was gibt es mein kumpel ist so ein idiot so ein idiot ist erschrocken hat das feuer eröffnet da wurde der gegner für sie auf auf sie aufmerksam irgendwer hört etwas und dann fangen alle an zu schreien echt jetzt ich hasse mission mit neuling fast oder war schloss hast du das gesehen ja oder war das nicht nett russland eine wahre schönheit des nordens ich habe zu viel gegessen findest du sie nicht auch niedlich soll er schön komisch hat zum manche von uns sterben manche kommen an in der basis ist es heute ruhig und was sagten alissa ich wünschte ich wüsste das nicht so kurz nach meiner ankunft fragen aber haben die leute hier kein selbstbewusstsein was ich sonst so mache das geht ich nicht ganz was wir dir gesagt du kannst mich mal nach einem harten tag hatte ich komplett entspannen das ist ein besonderes talent doch mal das wohlhabende mädchen erics schwester vater meint ich solle nicht allein herumkommen doch ich werde von allen belogen sie behaupten eric sei tot mädelschlauerts auge ist tot ich habe jetzt der auswahl eric ist fort du lügst doch ich muss es selbst herausfinden kannst du mich nicht in die basis lassen nun ja er ist fort wie als ob jetzt haben wir sehr viele missionen wir haben 1 2 3 4 5 nebenmissionen und eine story mission würde ich sagen wir wir nehmen uns eben in der nächsten folge an oder wie siehst du das das sehe ich genauso ich genauso ja ich dann mal den den ab modulian im urlaub anrufen kannst du euch da leider kein anschluss und diese nummer sagst du ja das hätte ich aus ja gut ja ich muss das sage ich halt mal tschüss da will ich sagen tschüss und wenn ihr weiter scheiß sehen wollt wie gotta oder streams oder ähnliches dann wenn wir online sind oder was hochgeladen haben und abonniere mich gefallen hat ja genau dann würde ich sagen sehen wir uns am nächsten mal adieu